Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Genfer Plan zur Befriedung der Ukraine liegt auf dem Tisch, doch schon am Tag danach tun sich Hindernisse auf. Die pro-russischen Aktivisten stellen eigene Bedingungen. Kiew müsse den Militäreinsatz beenden. Ministerpräsident Yatsenyuk kündigte heute eine Verfassungsreform an mit mehr Rechten für die Regionen. Die Separatisten aber erkennen die Übergangsregierung nicht an und wollen das Feld nicht räumen. Genf ist weit weg für sie. Bewaffnete Unabhängigkeitsbefürworter heute im ostukrainischen Slavyansk. Waffen abgeben, Barrikaden abbauen, das ginge nur, sagen sie, wenn Kiew nationalistische Kräfte auch entwaffne, das Militär zurückziehe. Dann sei man kompromissbereit. Die Machthaber in Kiew, die gestern das Genfer Abkommen unterzeichneten, die besetzen ja auch Gebäude, erklärt Wladimir Markowitsch. Und wenn die in Kiew Gebäude räumen, dann folgen wir vielleicht ihrem Beispiel. Für Kiew ist klar, dass Russland nun auf die Separatisten einwirken muss. Der russische Außenminister sagt, er bekäme Briefe von den Menschen aus der Ostukraine mit der Bitte, sie zu schützen. Also hat er Kanäle, die er nutzen kann. Im ukrainischen Parlament stellte Ministerpräsident Yatschenyuk in Aussicht, den Status der russischen Sprache in der Verfassung zu schützen. Und den Regionen mehr Selbstverwaltung zu ermöglichen. Präsidentschaftskandidatin Julia Timoschenko reiste heute nach Donetsk, will hier Separatisten treffen und hat weitreichende Forderungen. Mein Ziel hier ist unter anderem, eine Widerstandsbewegung zu schaffen, spezielle Einheiten einer regionalen Verteidigung aufzubauen, mit Menschen, die militärische Erfahrung haben. Ein in vielen Punkten vage Friedensplan für die Ukraine liegt auf dem Tisch, aber bei der Umsetzung hakt es schon am ersten Tag. Die Separatisten stellen Bedingungen für ihre Entwaffnung. Moskau und Kiew interpretieren das Genfer Abkommen unterschiedlich. Nach dem Schiffsunglück vor Südkorea ist die Suche nach den etwa 270 Vermissten fortgesetzt worden. Erstmals gelang es Tauchern, ins Innere des Wracks vorzudringen. Bisher wurden 28 Tote geborgen. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Haftbefehl gegen den Kapitän beantragt. Den Ermittlern zufolge wurde die Fähre zum Unglückszeitpunkt vom dritten Offizier gesteuert. Wo bis zum Morgen noch ein Stück des Bugs aus dem Wasser ragte, markieren jetzt zwei Bojen die Lage des Wracks. Die Fähre komplett versunken. Gezeiten und gefährliche Strömungen behindern die Arbeiten an der Unglücksstelle. Zwei Taucher konnten heute das Tor zum Frachtraum öffnen und ins Innere vordringen. Doch dann kamen sie nicht weiter. Sie haben keine Überlebenden gefunden. Gewaltige Kräne sind am Havari-Ort eingetroffen. Sie sollen das Schiff aus etwa 30 Metern Tiefe heben. Es geht jetzt um Bergung, nicht mehr nur um Rettung. Offenbar gibt es kaum noch Hoffnung. Ich wünschte, ich könnte meine Tochter lebend wiedersehen. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, ein zunächst geretteter Lehrer der vermissten Schüler nahm sich offenbar das Leben. Der Vizeschulleiter wurde tot auf der Insel Jindo aufgefunden. In einer Abschiedsnotiz heißt es, allein zu überleben schmerzt zu sehr. Die Ermittlungen zum Untergang der Fähre konzentrieren sich inzwischen darauf, ob verrutschte Ladung zum Kentern geführt hat. Ursache könnte ein falsches Wendemanöver gewesen sein. Die Situation war so, dass der Kapitän vorübergehend dem dritten Offizier das Steuer überlassen hat. Das heißt, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls nicht selbst auf der Brücke war. Das allein ist nichts Ungewöhnliches. Jedoch soll der dritte Offizier noch sehr unerfahren gewesen sein. Gegen drei Crewmitglieder, unter ihnen der Kapitän, wurden Haftbefehle beantragt. Die Vorwürfe blieben zunächst offen. Diese Fotos der Küstenwache jedoch zeigen den Schiffsführer, wie er als einer der ersten die sinkende Fähre verlässt. Einen Tag nach der Präsidentenwahl in Algerien ist Amtsinhaber Bouteflika zum Sieger erklärt worden. Der 77-Jährige erhielt nach Angaben des Innenministeriums 81,5 Prozent der Stimmen. Bouteflika ist nach einem Schlaganfall geschwächt. Er wurde nun für eine vierte Amtszeit gewählt. Bouteflikas Hauptrivale, Ex-Regierungschef Ben Vlies, kam auf gut 12 Prozent. Er sprach von massivem Wahlbetrug. Der Geheimdienst in der Türkei erhält mehr Macht. Das Parlament belichte mit der Mehrheit der Regierungspartei AKP eine entsprechende Reform. Die umstrittene Vorlage weitet die Befugnisse des Nationalen Nachrichtendienstes erheblich aus. Er erhält künftig freie Hand für Spionageaktivitäten im In- und Ausland. Dazu gehört das Abhören von Privattelefonaten auch ohne gerichtliche Genehmigung. Bei der Veröffentlichung geheimer Dokumente drohen Gefängnisstrafen. Die Opposition will gegen das Gesetz vor das Verfassungsgericht ziehen. In Salvador da Bahia im Norden Brasiliens ist es während eines zweitägigen Streiks der Polizei zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Örtliche Medien berichten, dass außerdem ein deutlicher Anstieg der Mordrate registriert wurde. Die brasilianische Regierung schickte hunderte Soldaten in die Stadt, um die Sicherheit wiederherzustellen. Salvador da Bahia ist mit etwa zweieinhalb Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Brasiliens und ein Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft. Bei einem Angriff auf einen UN-Stützpunkt im Südsudan sind mindestens 48 Zivilisten getötet worden, unter ihnen auch Kinder. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, als Bewaffnete den Komplex in der Stadt Bor überfielen. Der Stützpunkt beherbergt tausende Menschen, die vor der Gewalt im Land geflohen sind. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen dem Präsidenten und seinem ehemaligen Stellvertreter. Mit Gottesdiensten und Prozessionen erinnern heute Christen in aller Welt an das Leiden und den Tod Jesu. In Deutschland kamen evangelische und katholische Gläubige zu Andachten in den Kirchen zusammen. Im Mittelpunkt der Predigten standen in diesem Jahr einmal mehr die internationalen Krisenherde. In Jerusalem nahmen wieder zahlreiche Menschen an der traditionellen Prozession teil. Tausende Pilger aus aller Welt ziehen gegen Mittag in einer Prozession durch die Via Dolorosa in der Altstadt von Jerusalem. Am Karfreitag wollen sie entlang der 14 Stationen des Leidens Christi dessen letzten Weg symbolisch nachvollziehen. Die Via Dolorosa von heute ist zwar nicht identisch mit der Straße, auf der Jesus seinen Kreuzweg beschritten haben soll, doch das stört die Gläubigen nicht. Am Sterbetag Jesu in Jerusalem dabei sein zu können, ist für alle hier ein besonderer Moment. Wir wollen das Land Jesu kennenlernen, ihm hier im Heiligen Land folgen und dann zurück in Mexiko weiter seinem Geist und seinem Herzen folgen. Ich bin so froh hier zu sein. Ich lebe als Araberin seit sieben Jahren in Kalifornien und war seitdem nicht mehr hier. Ich bin diesmal hergekommen, weil dieses Jahr alle christlichen Kirchen, auch die Orthodoxen, gemeinsam Ostern feiern. Sehr viele Leute, man braucht sehr viel Geduld. Aber das ist ein Erlebnis, was man einmal im Leben am besten machen muss. Gortesker Höhepunkt der Prozession jedes Jahr, eine Gruppe amerikanischer Gläubiger, die die Jesusgeschichte quasi leibhaftig darstellt. Römische Soldaten begleiten Christus, daneben eine Maria Magdalena. Die Darsteller werden von der israelischen Grenzpolizei begleitet, um ihnen den Weg freizumachen. Am Ende der Prozession die Grabeskirche. Hier wird am Sonntag die Auferstehung gefeiert. Im Petersdom hat Papst Franziskus vor hunderten Gläubigen den traditionellen Karfreitagsgottesdienst geleitet. Für Franziskus ist es das zweite Osterfest als Oberhaupt der katholischen Kirche. Höhepunkt soll am Abend der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum sein. Die Zeremonie begleitet in 14 Stationen das Leiden und Sterben Christi. Auch die evangelische Kirche in Deutschland hat, wie hier in Dresden, mit Gottesdiensten und Andachten den Karfreitag begangen. Seit dem frühen Christentum gilt der Karfreitag als Tag der Buße und des Gebets. Das Wort Kar ist abgeleitet vom Althochdeutschen und bedeutet Klage oder Kummer. Am Mount Everest hat sich ein schweres Lawinenunglück ereignet. Dabei kamen mindestens zwölf nepalesische Bergführer ums Leben. Sie wollten eine Route präparieren, bevor Ende des Monats die Bergsteigersaison beginnt. Rettungskräfte suchten in Eis und Schnee nach möglichen weiteren Verschütteten. Es ist das bislang schwerste Unglück am höchsten Berg der Welt. Über das Unglück am Mount Everest informieren wir Sie auch auf tagesschau.de. Eine NDR-Reporterin war zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs in der Nähe und schildert ihre Erlebnisse. Ein schweres Erdbeben hat in Mexiko die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. In Mexiko-Stadt wurde Erdbebenalarm ausgelöst. Tausende Menschen verließen ihre Häuser. Es wurden zunächst keine Opfer gemeldet. Die Erdstöße erreichten die Stärke 7,2 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag nordwestlich des Badeortes Acapulco an der Pazifikküste. Gabriel García Márquez, einer der sprachgewaltigsten Schriftsteller unserer Zeit, ist tot. Der kolumbianische Nobelpreisträger starb gestern in seinem Haus in Mexiko-Stadt. García Márquez ist der meistgelesene Autor Lateinamerikas. Zu seinen bekanntesten Werken zählen 100 Jahre Einsamkeit, die Liebe in den Zeiten der Cholera und Chronik eines angekündigten Todes. García Márquez wurde 87 Jahre alt. Spontane Anteilnahme vor dem Haus von Gabriel García Márquez in Mexiko-Stadt. Innen trauert die Familie für sich. Er war kein Mann der großen Gesten. Auch Anfang März, an seinem 87. Geburtstag, ließ sich Márquez nicht huldigen, sondern sang einfach mit. Zeitlebens ging es ihm um die Menschen und ihre Geschichten. Zunächst als Journalist, dann zunehmend erfolgreich als Schriftsteller. Seinem kolumbianischen Heimatdorf Arakataka hat Márquez in 100 Jahre Einsamkeit ein Denkmal gesetzt. Als Kind wollte er Zauberer werden. Später zauberte er mit Worten. Als ich zwölf Jahre alt war, wäre ich beinahe von einem Fahrrad überfahren worden. Ein Pfarrer, der vorbeikam, hat mich mit einem Schrei gerettet. Vorsicht, rief er. Der Fahrradfahrer stürzte. Ohne stehen zu bleiben, sagte der Pfarrer zu mir, erkennst du die Macht des Wortes? Auch politisch nutzte er die Macht des Wortes, befreundete sich mit Fidel Castro und überredete ihn, Dissidenten aus dem Gefängnis zu entlassen. 1982 bekam Márquez den Literaturnobelpreis. Der Tod des Geschichtenerzählers, wie er sich selbst nannte, hat seine Heimat Kolumbien erschüttert. Präsident Santos ordnete drei Tage Staatstrauer an und schrieb auf Twitter 1000 Jahre Einsamkeit und Trauer über den Tod des größten Kolumbianers aller Zeiten. Dies ist die letzte 20-Uhr-Tagesschau im gewohnten Design. Von morgen an senden wir aus einem neuen Studio mit einer fast 18 Meter breiten Medienwand für Panoramabilder, Fotos, Videos und Grafiken. Auch die Tagesthemen, das Nachtmagazin, der Wochenspiegel und Tagesschau 24 werden künftig aus dem neuen Studio senden. Auch die Sprecher müssen sich an das neue Zuhause erst einmal gewöhnen, umringt von moderner Technik, letzte Proben vor der Premiere. Hinter ihnen werden künftig statt eher kleiner Bilder wesentlich größere Fotos und Illustrationen zu sehen sein. Wir sind jetzt bewusst den Weg gegangen, dass wir den Leuten mit großen Abbildungen bereits einen Teil der Geschichte erzählen wollen. Das heißt, das Bild unterstützt die Informationen, die wir auch im Text geben. Insofern bekommen wir eine Informationsdichte, die höher ist als vorher. Der Aufbau der sogenannten Multimedia-Wand, das Herzstück des Studios. 17,5 Meter, länger als ein Sattelzug. Komplexe Nachrichten, hier sollen sie noch anschaulicher erklärt werden. Die Tagesschau hat sich ja im Laufe der 60 Jahre oder mehr als 60 Jahre, die es hier gibt, immer wieder angepasst. Sie ist immer wieder auch dem Zeitgeschmack entsprechend geändert worden. Wir dürfen einfach nicht zulassen, als alt wahrgenommen zu werden. Vorbei auch die Zeiten, als Moderatoren nur hinter Tischen zu sehen waren. In Sendungen wie Tagesthemen oder Nachtmagazin kommt Bewegung. Hier sollen sie Studio und eben auch die Moderatoren zeigen. Ich als Moderatorin kann sagen, dass ich mich mit am meisten auf dieses Studio freue, weil ich dann nämlich nicht mehr eingezwängt in einen blauen Kasten, Bauchnabel abgeschnitten stehe und versuche Nachrichten zu moderieren, sondern dann bin ich lebendig. Ich bin ganz, ganz Körper. Ich habe Füße, ich kann rumlaufen und mit Händen auch an der Wand etwas erklären. 23,8 Millionen Euro hat das neue Studio gekostet. Das vorgegebene Budget wurde eingehalten. Die nächsten zehn Jahre soll von hier künftig rund um die Uhr gesendet werden. Morgen um 20 Uhr wird sich die neue Tagesschau dann erstmals ganz zeigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 19. April. Zwischen hohem und tiefem Luftdruck gelangt morgen wieder wärmere Luft zu uns. Dabei sorgt das Hoch im Norden für viel Sonnenschein, während es im Süden wechselhafter wird. Heute Nacht sind im Nordwesten und Westen Schauer unterwegs. Auch im Süden Bayerns und Baden-Württembergs fällt gebietsweise Regen. Oberhalb von 700 bis 900 Metern Schnee. Sonst ist es meist trocken. Morgen scheint nach Norden hin für längere Zeit die Sonne. In der Mitte und im Süden ist es mal stark bewölkt, mal freundlich. Hier und da regnet es etwas. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Der Wind weht mäßig, am Nachmittag mitunter frisch und stark böig, bei Gewittern mit stürmischen Böen. In der Nacht Tiefstwerte von 5 Grad im Westen und an der Ostsee bis minus 3 im Frankenwald. Morgen werden Temperaturen von 9 Grad an der oberen Donau bis 22 Grad an der Oder erreicht. Am Ostersonntag gibt es im Norden viel Sonne, im Süden viele Wolken. Hier fallen stellenweise Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Der Ostermontag und der Dienstag beginnen häufig mit Sonnenschein. Im Tagesverlauf gibt es hier und da Schauer oder Gewitter, die auch kräftig sein können. Um 23.15 Uhr begrüßt Sie Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Frieden mit Hindernissen. Wie die Separatisten in der Ukraine entwaffnet werden sollen. Sowie Unglückssphäre in Südkorea. Rekonstruktion der letzten Fahrt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.